In Handschellen wird heute der älteste Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. 22 Jahre ist er alt. Er soll, so die Staatsanwältin, einer der Köpfe der Diebesbande gewesen sein. Gemeinsam mit seinen 14 und 15 Jahre alten Komplizen soll er versucht haben, in Läden zu stehlen. Angeklagt sind insgesamt 24 Taten, wobei es sich überwiegend um Bandendiebstahl oder schwerer Dampfbandendiebstahl handelt. Und das sind nur die Fälle, die nachweisbar sind. Die Masche, die Bande, so ein Zeuge, soll sich zum Stehlen per Handy verabredet haben. Geht dann in kleine Läden mit wenig Personal, versucht die Verkäuferin abzulenken. Manchmal werden diese sogar bedroht. Im Gericht sind heute auch die Eltern der Angeklagten. Für sie ist die Vorgehensweise ein Schock. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir tut das leid erst einmal für die Leute, wo sie die Diebstähle begangen haben, in die Läden das Geld zu stehlen oder anderes. Also Handy, mir tut das leid. Und wie gesagt, das muss eine richtige Bande gewesen sein. Angeklagt ist heute nur ein Teil der Bande. Zwei der mutmaßlichen Redelsführer, ein Zwillingspaar, ist zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig. Inzwischen hat die Stadt Leipzig die beiden in speziellen Einrichtungen untergebracht. Ihre mutmaßlichen Komplizen legen heute zumindest Teilgeständnisse ab. Als Motiv haben sie angegeben, vom Ältesten angefangen, der gesagt hat, ich hatte Drogenprobleme und brauchte eben Geld für die Beschaffung dieser Drogen bis hin zu einem Jugendlichen, der gesagt hat, ja, ich wollte mir das Taschengeld aufbessern, um mir Klamotten kaufen zu können. Einer der Jugendlichen, der nur bei wenigen Taten mit dabei war, wird heute zu 60 Arbeitsstunden verurteilt. Gegen die drei anderen wird voraussichtlich am Donnerstag das Urteil gesprochen.